Ja, es ist so ein... Ich kann ja versuchen, ob ich mich nochmal hinkämpfen kann, da. Bleib du mal da, ich versuch mal die beiden Blinkdinger da zu holen. Ja, klar. Ich kann es aber nicht versprechen, weil da ist schon wieder drei von diesen... ...diesen ekelhaften Viechern. Boah, neun Fehlern haben wir, krass. Ich hab auch noch welche dabei, also... Notfalls geht halt alles. Okay, ich glaub ich krieg die noch. Und dann stürze ich mich einfach in den Suizid. So wie die ganzen Kinder damals als Gronkh weg war. Komm, nein, komm, lass mich durch, nimm Trank, nimm Trank, nimm Trank. Und ich war mich schon am freuen, da bin ich ein paar Abonnenten krieg, nein. Quatsch. Okay, 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 okay. Drei. Okay, hier unten waren wir schon, weil wir gerade in der Höhle eingestoppt haben, wo wir schon waren. Ach so. Oh, das war der Abschnitt, wo wir damals abgekackt hatten, übrigens. Da, wo wir damals aus dem Dschungel raus sind, weil wir nicht mehr konnten. Ja. Den Abschnitt habe ich gerade gefunden. So, ich bleib mal noch ein bisschen drin und hoffe, dass ich dieses scheiß Blinkzeug finde. Weil irgendwann meinte, das wäre halt total wichtig, dieses Material. Aber ich habe, boah, fuck. Ja, damit kannst du alles herstellen, auch diesen Super-Enterhaken und so was, ne? Ach, warte jetzt. Moment, jetzt bin ich tot. Ach ja. Scheiße. Aber drei oder vier habe ich, glaube ich, noch retten können. Immerhin. Ach. So. Na komm. So, dann bin ich wieder. Puh. Komm einfach nach unten. Wie griffst du dich gar nicht wieder nach unten? Ja. Oder was? Ah. Einfach mal stur nach unten graben. Also, ich bin erst unseren normalen Weg gegangen und dann bin ich, ähm... Ja, ich schmeiß hier gerade noch ein bisschen Klabinsel weg, was ich hier gerade eh nicht brauche, ne? Warte. Das ist ein bisschen Platz des Notfalls. Hier, die braucht auch kein Schwein. Weil da muss ja mal ein Stück Hölle kommen, wo mal diese Truhen sind. Ja, denke ich auch. Ich komme mal nach unten. Und ich denke mal, hier können wir auch besser nach unten, als da bei der... Bei dem anderen Dschungelgedöns da. Hast recht. Wir probieren es einfach mal. Ach, du griffst dich einfach hier gerade schon nach unten einfach, oder was? Ja. Hi. Hallo. So. Und los geht's. Oh, komm. Oh, fuck. Hä? Irgendwie hat das Spiel gerade auf den Desktop gewechselt. Okay, du musst hinterm Wasser, du musst dich... Okay, gut. Ah, das verteilt sich gleich, warte. Komm einfach mal mit hier, warte. Wir machen einfach so. Zack, 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 zack. Kowski. So, hier kommt auch kein Wasser mehr nach hinten. Warte. Ja, warte. So. Ich glaube, ich bin hier mit dem Rahmen und einfach hier mal runter. Komm. Ja, warte, ich nehme den Weg, weil dann können wir uns irgendwann wieder runterfallen lassen. Einfach locker flockig. Ja, gut, dann warte ich hier unten nach hinten. Lalalala. Das habe ich nur ein bisschen Wasser mitgenommen, aber das lasse ich jetzt hier ab. Oh, neue Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich muss das Spiel gerade im Auge behalten. Ja, ist doch kein Ding. Ich brauche noch ein paar Sachen. Nee, weil irgendwie... Ich finde es irgendwie... Darf ich mal kurz... Darf ich... Könntest du was sagen in deinem Video? Oder möchtest du das lieber nicht? Also mir ist das eigentlich egal soweit. Nein, nicht zu mir. Weil ich finde es einfach unverschämt, was sich einige Leute irgendwie da... überhaupt. Also... Also ich... Ich meine damit nicht Ali. Ich meine eher die Anhänger von Ali. Achso. Das kann sich einige Leute erlauben zu schreiben, nur weil man öffentlich ganz sachlich seine Meinung auf den Punkt bringt. Und für die Witze, die in dem Video fallen, sich sogar nochmal ausdrücklich im Format für entschuldigt und sagt, dass das nicht ernst gemeint ist. Ja. Und sich da Leute trotzdem so drüber aufregen. Ich finde sowas einfach nur feinlich. Ach. Und deswegen möchte ich das im Auge behalten, dass ich so einen Scheiß gleich immer löschen kann, damit... So was will ja niemand. So. Damit hat Flicky jetzt genug gelästert und sich aufgeregt. Ach komm, ich dachte wohl ich... Warum ist überall zu verdammten Kacke Wasser? Überall. Okay. Das ist ein bisschen viel Wasser jetzt. Ja. Ja, obwohl... Warte mal eben. Kann ich das hier irgendwo ablassen? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Warte, wir machen das irgendwo anders. Komm mal mit. Warte. 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 Vielleicht müsste Pilzweil kommen Und so was glaube ich noch Ne Pilzweil ist doch nur so zwischendurch Ich glaube hier nachkommt schon das Lavagedöns So na gut Sehen wir ja daran Rechtzeitig wenn das Boot wird da unten Wenn wir wieder oben im Haus stehen Wissen wir aha da war Lava Da unten blinkt was Ist das Lava oder ist das Ne ich kann es nicht erkennen Ein Ort wo wir vielleicht schon waren Da waren wir schon Oh yo Alte Bekannte hier Lalalalala Wenn du überlegst wie lange wir uns hier schon durchgedraben haben Das ist krass ne was wir alles schon erforscht haben An und für sich Was für Zeit in diesem Let's Play schon drinsteckt Wie viel Flächefolge ist das jetzt Das wird irgendwann um die Folge um die 70 rum sein Und überleg mal Vier Parts sind eine Stunde Krass schon krass Oh warte der Mann mit der Helmlampe Wollen wir den töten? Ja Der hat ne minimale Drop Chance auf diesen Helm Ja Ich meine den könnten wir uns auch kaufen Aber finden ist cooler Warte Keiner wechselt die Waffe Stirb Ne Gab nichts Gut Hinter sein können Oh ich glaube ich habe nasse Füße Entschuldigung Ich muss mal Pipi machen Wenn der jetzt hier oben rauf fällt ist der so rutschot Wie als wenn der Mixter da oben zupf ich da abzunießen Warte Die Wurmer Oder? Ne Safira ne? Ja wo wir die mitnehmen? Ja klar Na komm mal hoch hier Lass mich hier jemand hier an den Dreck arbeit hier alleine machen Du Man das kann man ja echt noch mitnehmen nachher so Kannst du hier auch sammeln Dann musst du die hier noch holen gehen Weil mein Info-Tal ist praktisch voller als voll. Könnte man sagen. Boah, mit dem Fallschaden 0 ist so geil, ne? Ja. Ey, warte mal. Mir ist grad mal so danach. Also ich dachte, du hast die Axt nicht genommen. Ich hab grad mal so zu fahren. Damit es immer schön hell bleibt, weißt du? Hui! Das ist halt super hell. Das ist so geil mit dem Fallschaden. Oh, da kommt die Lava. Ich glaub, die großen Sürmer müssten nachher aufkommen. Oh, wie wir so in Lava reinfallen werden jetzt hier unten. Ich kann's nicht stoppen. Ich auch nicht. Ne, warte, warte. Da ist ein Herz-Cortainer links. Oh, er hat's überlebt, glaub ich schon nicht. Ja, natürlich überlebe ich das. Ist aber ab, bist du. Oh, da ist sogar eine Gold-Truhe. Ja, sag ich doch. Boah, Torn's Potion. Okay, Dynamite. Band of Regeneration. So, den einen Dämonite-Ohr schmeiß ich weg. Davon nehm ich das Dynamit erstmal auf. Ja, klar. Torn's Potion. Ähm, wo ist meine Fackeln? Torn's Potion, Torn's Potion. Wo ist meine Fackeln? Ich muss meine Fackeln irgendwo hin-stacken. Ach da. Torn's Potion. Kann ich das nochmal wegschmeißen hier? Gel, brauche ich eh nicht. So, Band of Regeneration brauchen wir eh nicht großartig. Aber, ich geb's dir einfach mal hier. So. Ähm. Oh, und mein Herz-Container, den nehm ich jetzt auch mit. Ja genau, nimm du den mit. Das ist ja... Du hast ihn aufgenommen, du Sarge-Sack, du. Hier. Ey. Was ist denn hier mit... Was ist denn mit euch? 340 Energie schon. Krass. Oh ey, heftig. Das lohnt sich schon. Warte, aber eigentlich sollten wir jetzt mal eben hier was drüber bauen, weil ich kenn uns. Wir lassen uns das nächste Mal einfach fallen. Ja. Hast du was dabei? Ich hab... Ich hatte noch Matt. Okay, jetzt ist es in der Nachbar. Du hattest Matt. Ich hatte Matt. Boah, der Blob ist instant gestorben. Uh, Level ab für die Narva, würd ich sagen. Ähm. Ähm, schüttner rechts hier. Ich glaub, wir haben am einfachsten, ne? Ja, aber ich würd sagen... Warte, Moment. Genau. Das war 30 Glow Sticks, du da reinpacken. Ist das hell genug? Ja, warte, warte. Jetzt. Nee, da kommt noch ein paar. Hahaha. Oh, wieder unten direkt, wie da bestimmt neue Lava gleich rein wird. Was ist da? Ich glaub nur. Oh. Nee, warte, da leben noch Skelette. Und? Da kann keine Lava sein. Okay, sie lebten. Lala, da kommen wir knapp dran vorbei. Oh, bei dem nächsten nicht. Ach, Mann, nee, warte, das ist nur ein so ein Ding, ne? Ja. Hätt ich mal ein Eimer mit Wasser mitgenommen. Warte, ein Feld nach links, bitte. Wie du schon Angst kriegst. So, okay, ab da unten, komm. Nee, warte, hier müssen wir runter. Komm mal, einer rechts. Warum? Denen Glow Sticks. So. Die wären sonst nicht mitgekommen. Die haben uns nicht gern. Das ist nicht gut, glaub ich. Ja, einfach nach links, hier, ein Stückchen graben. Nur, weil wir in die scheiß Hölle wollen, ne? Ja. Kommt die Hähne. Wir werden sowieso gleich sterben. Irgendwie, irgendwas. Mal wieder. Ich nehm schon mal meinen Skull und leg den schon mal an. Ah ja, keine schlechte Idee. Darf nämlich einfach mal das Schwimmen weg. Boah, jetzt auch erstmal nicht gerade. Da bin ich mir nicht sicher. In Lava schwimmen wäre schon vorteilhaft. Aber das gebe ich mir schon noch, wenn ich auch irgendwann mal an. Hast du noch 30 Low Sticks? Ich hab noch 50. Warte, mein Gott. Warum? Ich hab schon 2, 3, 4, 5, 6, 7er hingelegt. So ein paar, ne? Genau. Geht bei Minecraft jetzt übrigens. Wie? In Lava schwimmen. Ja? Mit einer Potion hier, der du da machen kannst. Ach du Scheiße. Wenn ich jetzt erstmal bald... Oh, oh, oh. Wir sind in der Hölle. Wir sind in der Hölle. Okay. Wer geht runter? Ich. Okay, geh nach rechts, wenn du runterkommst. Warum brenne ich? Achso, wegen dem anderen Ding. Ja, auf jeden Fall hier sind auf jeden Fall, äh, äh, Dinge. Die abgehen. Also, äh... Pass auf, wohnt hat ihr? Also hier ist schon mal keine Truhe. Oh, hier ist aber Lava. Ja. Musst du fucking aufpassen, ey. Ich bleib mal hier stehen, ne Runde. Aber hier ist ne Truhe, äh, Quatsch, ne Truhe. Ne Healing Potion, okay. Ich frag mich sowieso, warum ich immer diese Scheiß Potions mit hab. Ich pack den mal nach oben. Ich glaub, dann nimmt der die eher. Ich komm mal eben zu dir runter. Was ist das für ein Pfeil? Hellfire Arrow. Dafür kann ich doch mal die Scheiß Wooden Arrows einmal weghauen und auf den Hellfire Arrow aufheben. Also ich hab jetzt nur jede Menge Steine, die werd ich gleich mal benutzen. Pass auf, Fledermaus. Oh, wie ich fast tot bin. Bis zum nächsten Mal.